Fühlt sich gut an. Ich bin sehr froh, Trainer von Bayern München zu sein. Ich weiß, dass man hier Titel gewinnen muss und ich will auch Titel gewinnen. Bayern München ist der größte deutsche Klub. Ein Klub mit einer extremen Historie. Es ist ein Klub in meiner Heimat. Es war immer ein Traum, hier Trainer zu sein. Die Zukunft heißt Julian Nagelsmann. Der neue Cheftrainer des Rekordmeisters gibt sein Debüt. FC Bayern München gegen 1. FC Köln. Live bei Magentasport. Kostenlos für alle.